Ich will alles die Hände nach oben, ich will Hände sein. Das sind doch immer noch lange nicht alle. Alles die Hände nach oben, ich seh ja gar nichts. Ich seh ja gar nichts, wo sind die Hände? Wie sieht's aus? Könnt ihr alle die Hände klatschen? Könnt ihr das? Ja, lauter. Stromausfall, alles dunkel. Stromausfall, ich bin glücklich. Oh, hier in Wien hat Kronjahre früher, die haben es in Karni. Was ist jetzt so gut ist, was ich habe? Weiß ich noch. Ich weiß nicht, wie wir sind. Ich muss mal da, Richtung da hingehen. Ich muss mal Richtung da hingehen. Voll nicht jetzt. Komm mit. Ich muss mal ein bisschen weg von der Masse. Aber ganz Darmstadt. Ganz Darmstadt, das ist nirgendwo nicht Darm. Nirgendwo. Mach dir mal keinen Kopf, von hier wird keiner kommen. Von hier wird keiner kommen, mach dir mal keinen Kopf. Überleg dir jetzt mal die, die in den Fahrgischer Fuß sind und dann kann Kumpelstücken. Oh ja. Oh ja. Das ist heftig. Also in Amerika schon mal ne Achterbahn stecken. Verriegelung, die wandern zu. Und dann gibt es da einen Kollaps. Weil das ist also ein Kumpelstück. Oh ja. Das ist bestimmt mega Panik. Auch hier. Und das heißt, Du kannst jetzt bloß echt hoffen, dass die ganzen Verriegelungsmechanismen sind und nicht elektronisch. Ja, weil ich meinte, sie sind jetzt aufgegangen. Achso, nicht die, nicht die Fragen, aber auch bis hin. Ob die jetzt alle Schadensersatz planen, das ganze Essen nicht alles machen, was jetzt nicht mehr liegt, was sie nicht zählt haben? Ich meine, das machen wir ja irgendwie andere. Komplett Darmstadt tot!